Hallöchen, Leute! Willkommen zurück zu Let's Play Kirby Amazing Mirror. Und ja, letztes Mal haben wir den Oliven-Ozean angefangen und haben ihn auch gleich vollständig beendet. Und heute werden wir uns hoffentlich das letzte Spiegelstück holen. Aber zuvor werden wir erstmal hier in diese zwei Gebiete, die wir hier im Koratenkastteil noch übrig haben, gehen. Wir werden... Das haben wir schon fertig, das haben wir schon fertig, das haben wir schon fertig... Und in die Honiggalaxie werden wir nochmal gehen. Warum? Ganz einfach, damit wir alle Maps mal uns angeschaut haben. So, und jetzt gehen wir schon den richtigen Weg. So. Was erwartet uns heute noch so Schönes? Ich weiß es noch nicht so wirklich. Also entweder... Autsch. Entweder sterben wir jetzt hier. Durch irgendwas. Oder... Wir schaffen es so halbwegs... Äh... Mehr oder weniger gut. Was natürlich auch sehr schön wäre. Und... Ja, wir wollen ein Pretz mal gucken, ob wir... Das Zeug dazu haben, alle Maps mal anschauen zu dürfen. Oh, das war unklug. Das war unklug. Denn jetzt nehmen wir den mal nämlich mit. Und... Bam. 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 So. Wow. Ein... CD-Spieler-Dingens. So, damit haben wir das große Gebiet da abgeklappert. Und jetzt müssen wir nur nochmal rechts lang. Autsch. So. Aber das kriegen wir, glaube ich, auch relativ schnell gebacken. Autsch. Außer... Ich spiele wieder total unkonzentriert. Dam, 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 dam. Ich hasse Rollneeds. So. Gehen wir einfach dran vorbei. So. Warum sind wir denn hier das letzte Mal nicht lang gelaufen? Weil die eine Map haben wir ja schon erkundet. Oder gehen wir jetzt wieder falsch? Ne. Jetzt sind wir hier. Tja. Keine Ahnung. Was da in mir vorgefallen ist. Dass wir hier nicht lang gegangen sind. Bei einem anderen Weg gab es ja da auch eigentlich gar nicht. So. Ähm. So. Ja. Haben die Honiggalaxie auch eigentlich jetzt schon beendet. Aber ich möchte wenigstens hier einmal durch. So. Jetzt haben wir es beendet. Auf jeden Fall. Und. Autsch. So. Und jetzt können wir wieder hier hin. Jetzt müssen wir noch, äh, das Karottenkastell, glaube ich, machen. Genau. Das Karottenkastell. Und das Karottenkastell war nicht hier, sondern es war hier, glaube ich. So. Genau. Okay. Ähm. Jetzt muss ich erstmal hier anzoomen. Wir müssen dann nach oben. Okay. Mal sehen, ob wir es hinkriegen. Okay. Ähm. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Achso, ja. Das schätze ich wieder eine andere Musik. Nein. Nein. So. Bravo. 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 So. Autsch. Okay. Jetzt muss ich erstmal gucken Geh ich jetzt richtig? Hä? Was dachte ich? Muss ich eigentlich hin? Ja, ich muss nach oben Ich muss nach oben Ich hoffe mal, dass ich jetzt auch nach oben gehe Ja Das kommt ja auch ziemlich unbekannt vor Ich weiß nicht So, doch, das kommt mir jetzt wieder bekannt vor Da, wo ich da, glaube ich, schon mal runtergefallen bin Die kommen mir auch relativ bekannt vor Ja, okay, ja Nein! Stimmt, das war der Quark Wenn ich da dann wieder runtergefallen bin War ich wieder da, okay Stimmt, das war das, wo ich da so Unglücklich gefallen bin Und jetzt gehe ich mal hier rechts lang Denn jetzt müsste ich eigentlich Dann rechts lang kommen So Hoffen wir es mal Wir sind immer noch da Super So So, ouch Jetzt sind wir wieder da Was soll das denn? Ich möchte wieder zurück Weil wir müssen da lang Und dann Ach, das ist doch dumm So 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 Pi-Dopi Ja Und ich habe letztes Mal schon wieder eine Stunde aufgenommen Was ich ziemlich krass fand Weil Es kam eigentlich gar nicht so viel vor Ich meine, wir haben den Oliven-Ozean gemacht Wir haben noch ein bisschen erkundet Aber mehr haben wir ja auch eigentlich nicht gemacht Deswegen habe ich mir eigentlich ziemlich viel Zeit gelassen Weil ich Was ich jetzt natürlich nicht so schlecht finde Weil Eigentlich Habe ich ja alle Zeit der Welt Ich habe ja keinen Zeitdruck Ich mache ja keinen Race oder so Dass ich Sage Ich Spiel das Spiel in Drei Sekunden durch Sowas habe ich ja nicht Das ist ja Völlig legitim Dass ich mich hier ein bisschen länger aufhalte Als Vielleicht ein paar andere Aber dafür erkunde ich ein bisschen mehr Übrigens haben wir jetzt Sind wir jetzt schon bei 80% Das heißt also Uns fehlt Naja Ich denke mal ein paar Schätze fehlen uns Autsch Und halt die Gebiete, die wir jetzt noch nicht erkundet haben Was Vor allem aber das Senfmassiv ist So So, was machen wir denn jetzt? Gehen wir jetzt mal hier in der Mitte lang Das sieht mir auch noch ziemlich unbekannt aus So Great Waddle Dee Wow, warum lädt das denn jetzt so? Autsch So So Nom, 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 nom Und jetzt sind wir Ja Rechtsa Yippie Juhu So Äh Ravel Okay, ich möchte aber erstmal gucken, was ist hier noch Oh, das verwirrt mich jetzt schon wieder Oh, lang Ich höre erstmal den Schatz Ich hoffe mal, dass irgendwas witziges ist Und wenn Nämlich nicht, dann Können wir in die Nämlich Ach, vielleicht ist jetzt Warte mal Vielleicht ist das jetzt so Dass ich jetzt hier reingehe Ach nee, doch nicht Ich dachte, dass ich da reingehe und da Äh, an einer anderen Stelle wieder rauskomme Autsch Das kennen wir aber auch schon Stimmt, da müsste ich ja jetzt auch lang Da, 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 da So Jetzt muss ich in das große Gebiet Denk mal hier runter So, bin ich jetzt richtig? Noch nicht Noch nicht Sagen wir erstmal so jetzt Hüpf Hüpf So Hüpf 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 Nein Nein So, dann probieren wir es nochmal Lalo Hüpf, hüpf, hüpf Hüpf Autsch Okay, nochmal neu Dam, dam, daladalam Hüpf, so Hüpf 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 So Hüpf 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 des Todes, der dann, genau, ja, der kommt dann später dann nochmal.